Liebe kennt keine Grenzen Entschuldige Kevin, ich mach grad ein Update Wenn dein Internet deswegen schwimmt Sonst kann ich nicht spielen Halten so schwarz Kiki ist noch da Hey Kiki Kiki, das ist Micha Ja, ich bin sehr sympathisch und sehr... Er ist auch scheiße Er ist sehr schüchtern Micha hat mich einfach ein paar Monate mal so gegostet Dann ist er wieder gesagt Was? Ich hab gar nichts verdient Aber ich muss sagen Als meine weiße Szene rausgenommen wurde Und ich hatte so schlimme Schmerzen Da hat Micha Abends mit mir Fortnite gespielt Um mich abzulenken Muss ich das Tutorial nochmal spielen Auch wenn er nicht viel gehört hat von meinem Ohhhh Warte mal, Kiki spielt voll Ja, ja, sie spielt viel und sie spielt sogar gut Oh mein Gott sie ist sympathisch Ja? Ja Sie hat einen Freund Ich bin doch egal Ich brauche ihn mit uns Ich brauche keinen Freund Ich bin mit dir Ah, jetzt geht er mich schon ersetzt Ja Wie mein Chef schon sagt Jeder ist ersetzt Nein Hä? Ich bin dann gesessen aber auch Ja Okay, ich bin mit dem Spiel Ich bin überhaupt kein Freund scheinbar Also was sagt er jetzt noch? Also es tut mir leid aber Aber, 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 ähm Micha verteidige ich mit Mit, mit Meinen Zehn Meins 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 Ähm Wie komme ich zu dir jetzt, Michl? Michl Michl Ist das noch am Spielen? Michl Ich pinkel Micha an, wenn es sein muss Ich kann es doch gar nicht Ich kann es doch gar nicht Wie muss ich dich jetzt ändern zuerst? Ja, aber ich muss das Spiel kurz Ende mal machen Aber Chip, warte doch noch 50 Sekunden, bis ich fertig bin Ja, ich hab verloren Ich spiel mit jedem, wenn man, wenn man das Spiel mir erklärt, aber ich spiel die Scheiße Das hab ich ja nicht Warte Das hab ich euch einem gesagt, dass ich weiß, ich bin Hm, also X-Hamster hab ich hier schon in der Liste Hör auf, maaan Hör auf, maaan Auch heute nicht mehr Wie heißt du überhaupt? Kim Mich heißt Oder wie Kim hier heißt Äh, bei Epic Er heißt, er heißt Michelangelo Bei Epic heißt es Vorschau, jetzt mit ihm glaube ich Michelangelo Ich klicke rein Ich warte drauf Wie lange dauert dein Update? Oh, jetzt hat er wieder gehabt Oh mein Gott, ich hab dann Oh mein Gott, ich hab dann Ich hab dann Ausstellen Weil das Spiel mich schon so abgefasst hat Äh, morgen Keine Ahnung Da ich mich Ah, okay Ja, morgen Ich weiß gar nicht, wie ich morgen zucke, weil ähm Ich musste Armbänder abarbeiten Ich musste Armbänder abarbeiten Ich bin im Spiel Ich bin im Spiel Ach ja Warte, ich guck mal ob ich hier joinen kann Ja, da ist der Ich hab's hier Oh mein Gott, ich hab mich dann zerstört Ich hab mich dann zu zerstören Soll ich gehen Kim, dann löst du Eis Und dann äh 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 Mit dir was zwingen Ah, hier Okay Ähm Micha, du bist nicht online Nein, ich bin online Ja, dann geht's nicht Habe ich dich jetzt eingeladen Ja Hast du mich auch oder Ja Ich komme Oh, weiter runter Weiter runter Oh, bist du hart Der da? Du bist weiter runter Ich hab dich Ich bin bei dir Da bin ich Ich hab dich Ich habe dich Darf ich noch ganz was Oh Micha kommt hier mit dem Deppo Deppo Okay Darf ich versuchen zu Ende gehen? Geh jetzt Geh pinkeln Geh jetzt Geh pinkeln Mann, Mann, Mann Immer diese Männer Wir können wenigstens hier unter unserem Büro in der Flasche pinkeln Du nicht Ich kann das auch Das weißt du doch gar nicht Diskriminierend hier Bist du ein Ladyboy? Ja, das weiß ich nicht Das sag ich dir nicht Das sag ich dir nicht So, jetzt hab ich den mal in meine Freundschaftsliste reingesetzt Er will zu holz Sein Hauptaccount Du weißt Ich hab Ich hab Rocket League gespielt Mit Micha Auto anfassen Aber Beppo muss vielleicht noch ein Tutorial spielen Glaube ich nicht Hoffen nicht Oh, ich hab ein Achievement Bastler hab ich bekommen Ja, ich auch Weil ich das Auto verändert hab Wie gesagt, ich hab eine Zeit lang echt echt über... also echt übertrieben viel mit Micha gezauft Dass es nix schlecht ist Wie gesagt Ich mag mich ja sehr Ah, voll der Flexi Ja, aber ist doch der Ventilante an Okay Ja, wenn du sagst, es ist warm hier, was soll ich hier machen? Ich kann schlecht aus dem Zimmer gehen Ja, aus dem Zimmer Ja, aus dem Zimmer Die Musik ist... 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 ich mag die Musik nicht Das wär cool bei mir Ich hab Streamerfreundlich die Musik laufen Soll ich verbiegen Nichts noch aber in einem Moment nimmt nimmt gestalt an es nimmt gestalten den tag der herr ich hab die musik leise geschätzt wie die scheiße mach mal zwanglos spielen zwei ich hab das angeklickt und 3w3 ich werde zum abkacken ok 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 jetzt muss mir jemand erklären wie das funktioniert du musst zum ball gehen ich weiß nicht mal wie man fährt er macht einfach schon zu das ist das boost ok das boost hab ich verstanden du kannst springen und nochmal extra spinnen und klick nein nein ich bin ich ja einfach wie nimmt man den boost weil du keinen mehr hast kannst du keinen nehmen nein wie nütze ich den boost wenn ich ihn habe ach danke nein ja ok so gut ich bin dir schlecht fast kannst du mir hin zu gehen mach mich nicht kaputt man nein nein ich finde es lustig man die andere auto ist noch zerstört wie früher jaja ich hab die musik extra lang leiser gemacht so ich mach sie halt nicht aber muss man mit dem boost ok ok oh mein gott ich bin auf gefahren oh nein jetzt jetzt nein ah also ich finde es super toll muss ich sagen wenn ich nicht Oh, wie das ist mit dem Eber zuschauen? Oh, Beppo, der war bitterböser. Einfach Vollgas drauf. Also ich glaube, wir spielen noch gut. Es gibt welche, die spielen schlechter als wir. Ja, der geht noch. So Leute, wir lernen es ja noch. Ich bin nicht lost, ihr könnt sagen, was ihr wollt. Ich hab ja den Prinzip vom Spiel verstanden. Es ist Fullspot. Doppelix, Kübi, ja. Ich kann ja auch FIFA spielen. Ich bin für mich schon satt, aber es ist fast. Es ist fast, es ist immer fängig, ob wir auch noch was nehmen. Okay. Oh mein Gott, hab ich. Bingo! Bingo! Ah, guck mich an! Beppo, nicht in mich rein! Nein! 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 Also ich amüse mich gerade, ich amüse mich gerade prächtig. Was macht doppelix, dass ich höher fliege? Nein! Nein, dann kannst du doppelspringen. Oh nein! Ich bin froh, dass ich kann mir nicht nur ein Ball zu bekommen. Echt! Nein! Nein, mein Ball! Nein, nein, nein! Oh Gott, Micha! Micha! Micha, mach den jetzt rein. Und boost nicht vergessen. Nach vorne drücken und doppelix. Nach vorne drücken und doppelix. Okay. Ich versuch's, okay? Ich versuch's, Leute. Ich versuch's, Leute. Hat's gut angehabt, oder? Ich versuch's, Leute. Ich versuch's... Oh, du blöde H... Das sieht doch schon ganz aus. Der Orangene hat mich geschubst. Rein, 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 rein! Ah... Okay, Kiki, ich hab's verstanden, danke, süßte. Ja. Micha macht das alleine. Nein. 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 Mach ihr. Nein. Ich hasse dieses Spiel! Hi Weasley! Oh nein. Micha, kriegst du auch nicht mehr dahin. Okay, immer so fest. Also Weasley, ich hab ein Tor gemacht. Also bitte. Dafür, dass ich das Spiel bis jetzt einmal gespielt habe. Weasley kann ja nicht spielen, wenn auch nur ein Däger gespielt wird. Ich schwör, also ich muss mich noch hier richtig... Beppo! 5, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Halt auf, mich zu verarschen, Leute! Gott, das Spiel macht mich fertig. Ich bin jetzt schon fertig mit den Nerven, Leute. Aber das ist wegen Exo. Ich guck euch immer zu. Nein, Micha! Nein! Nein! Ich war gerade dabei! Ich hab zwei Torschüsse, ich hab doch nur ein Tor gemacht. Ich mach! GG! Ja, ja, GG! Was für eine Parade! Wo hab ich das zweite Tor gemacht? Ich weiß gar nicht wo! Nix! Oh no! Wir sind hier rausgegangen, ist immer noch. Äh... Was müssen wir? Bereit? 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 Wo spielst du, mit irgendeiner Kontrolle oder mit Tastro? Äh, mit Kontrolle. Okay, gut. Das hat was im Spiel. Ey, 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 ich... Ich find's super. Weasley, wie geht's dir, mein guter? Ich hab gehört, du hast ne Arbeit. Ey, ich schäm dich. Was? Oh, 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 oh. Ich hab nichts gemacht. Boah, okay. Boah, okay. Sorry, Mist. Ach, Mann, du gehst mir sowas nach dem Plan. Freut mich. Richtig stolz auf dich, Wiesel. Es gibt Leute nicht wie mehr Tastatur, die ich mir auch sehr gut durch das tun. Ja, ganz gut. Man kämpft sich so durch, sag ich immer. So war schlecht mit mir. Ich hab mein Auto kaputt gemacht. Ich schwör, jetzt wird es immer schlimmer hier. Oh, der geht daneben. Es wird immer schlimmer. Wow. Geh rein. Da geht er nicht. So, sollen wir gleich unsere Rezepte ein bisschen durch 24? Well, das wird es immer ein paar Rücken. Und wir wollen heute das ein bisschen durch. Und das wurde vom Hohsted weggebracht. Und wir wollen jetzt die alloyung vor mir über 20. Und wir wollen jetzt alles, was ich nennen, um, was ich wieder zum Hohsted war, um, was ich nur so. Und ich dachte, ich muss jetzt wiederholen lassen, um, was wir jetzt mal draufhängen, um, was wir jetzt immer noch maldi, um, was wir jetzt mal Dino. um, ich dachte ein paar Sachen, um, was wir jetzt mal wiederholen, um, was wir jetzt mal etwas, was wir jetzt mal noch, Vielen Dank. 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 ... ... ... ... ... ...... ... ...... 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 ......... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......... ............ ......... ............ ......... ...... ...... ......... ...... ...... ...... ...... ......... ............ ............ hat er nicht die letzte wer hat denn die letzte ich dachte das ist ja das ding ist die haben leute dazu genommen die hast du keine ahnung von irgendwelchen zu freiwillig waren wir hatten mitleid wollten dann dauernd syndromen gewinner trimex war ja